Und jetzt wird es lauf bei Luke, das TV und ich, denn wir feiern Talkshows am Nachmittag. Bevor die rumbrüllenden Assis in der Kommentarspalte bei Facebook gelandet sind, saßen sie in Talkshows und da gab es nur eine, die sie alle in Schach gehalten hat. Hier ist Arabella Kiesbauer. Schön, dass du da bist. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Arabella. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, wenn TV-Geschichte geschrieben wird, oder? Du warst ja maßgeblich dabei. Vielen, vielen Dank für all deine Jahre bei ProSieben. Ich bin mit dir groß geworden. Ich weiß, ich komme in die Hölle wahrscheinlich, oder? Ja, das wäre jetzt meine Eingangsfrage gewesen. Talkshows gibt es ja so eigentlich nicht mehr. Und ich schätze dich jetzt so ein, dass du ein sehr empathischer, feinfühliger Mensch bist. Wann springt das so bei einer Talkshow-Moderation über, wo du sagst, möchte ich hier ein Problem lösen, oder möchte ich jetzt hier dem Affen Zucker geben und Feuer ins Benzin gießen? Oh, ja, da muss ich mich natürlich erinnern, weil die letzte Talkshow habe ich ja vor 15 Jahren moderiert. Wahnsinn. Aber du hast schon recht, es gibt da zwei Seelen in meiner Brust. Die eine ist natürlich anfacheln und so weiter, und die andere ist dann wieder irgendwie ausgleichen und die moralische Instanz zu sein, ja. Wie viele Talkshows hast du gemacht, weißt du das? Oh, da kann ich den Werner noch schlagen, bei mir waren es eindeutig über 3000. Über 3000 Sendungen. Ja, ja, über 10 Jahre. Ja, super. Also, und es läuft ja wie eine Eins. Also, du machst in Österreich, moderierst du The Masked Singer. Ist das da genauso ein Hit wie bei uns auch? Genauso ein Hit wie hier. Und wir hatten gerade diese Woche Finale, also das ist jetzt erstmal fertig. Und dann mache ich noch Bauersuchtfrau, da habe ich immer so ein Dirndl an. Sehe ich ein bisschen anders aus und bin dann am Bauernhof und tue irgendwie den Bauernhof irgendwie noch sauber machen mit meinen Bauern. Bauersuchtfrau und The Masked Singer. Und man darf es jetzt einfach mal so sagen, du siehst immer noch absolut unfassbar aus. Also, es ist großartig. Wir feiern das Fernsehen von damals. Und deswegen habe ich mir gewünscht, dass wir jetzt hier auch mal eine Talkshow machen. Sehr gerne. Nur für dich. Würdest du noch mal? Nur für dich lasse ich das noch einmal aufleben. In diese Rolle. Wir machen jetzt hier live im Studio eine Talkshow, die ebenfalls Fernsehgeschichte schreiben wird. Denn es ist eine Talkshow mit den Stars von damals und wie sie heute aussehen. Jeder auf Position. Du kannst schon mal hoch. Und dann lassen wir hier eine Talksendung. Arabella live im Studio stehen. Los geht's. Und auch wenn ich mich gar nicht so sehr verändert habe, interessant ist doch, was ist aus den Heldinnen und Helden unserer Kindheit geworden? Das werden wir heute gemeinsam herausfinden. Und zwar in einer Folge mit dem Titel Die Stars unserer Kindheit. Wo sind sie heute? Ich kann die Frage schon mal beantworten. Sie sind nämlich hier die Ikonen einer ganzen Generation. Begrüßt mit mir Pippi Landstrumpf, Hurrucke, Das Sams und Benjamin Blümchen. Das war Pumuckl. Das ist Pumucklblatt gesessen. Oh mein Gott, Sie haben Pumuckl getötet. Ihr Schweine. Das tut mir leid. Ja, naja, gut. Also jetzt machen wir einfach mal weiter. Vielleicht ganz generell in die Runde gefragt. Wie geht's euch mittlerweile? Pippi? Beschissen. Gut, dann werden wir ein bisschen drüber plaudern. Wir wollen unbedingt wissen, wie es dir in den letzten Jahren so ergangen ist. Nun ja, es ging mir schon besser. Ich hatte mich nach Takatuka zurückgezogen, aber irgendwann war mein Gold alle. Und da habe ich es mal mit Arbeiten probiert. Zuerst habe ich an einer Raststätte, einer Autobahnraststätte auf der Toilette gearbeitet, als Urinsteinmetzin. Dann war ich Callgirl in einem Callcenter. So, und da war ich ein paar Jahre lang Türsteherin vor einer Promi-Schönheitsklinik. Da bin ich aber rausgeschmissen worden, weil ich habe keinen Promi reingelassen. Ich habe immer gesagt, mit der Fresse kommst du hier nicht rein. Aber dann, dann hatte ich die perfekte Idee. Welche denn, Pippi? Jetzt gibt es Pippi zum Trinken. Als Energietrink. Ja, hatte ich jahrelang im Keller stehen, bis das Gesundheitsamt kam und sagte, dann war ich auch egal. Tolle Idee. Und was ist denn eigentlich aus deinen Wehgefährten und Freunden von früher geworden? Wie gab es denn da den kleinen Onkel, Herrn Nilsson, Tommy, Annika? Was ist mit denen passiert? Tod, ausgestopft, schwermütig, Pflegefall. Aber ich muss sagen, die haben ja gar nichts mit meinem Energietrink zu tun. Arabella, mir ist die Schattenwand aufgefallen. Ich wittere eine Überraschung. Na, habe ich recht? Habe ich recht? Richtig kombiniert, ja. Juhu, das Sams, jawohl! Ja, und wir haben nicht nur eine Schattenwand, wir haben da auch einen Stargast. Einen, der sich nicht zu erkennen geben möchte. Ich sag einfach mal, hallo Unbekannter. Hallo Arabella, danke für die Einladung. Sehr gerne. Zuallererst, wie sollen wir dich denn überhaupt nennen? Rasier mir einer den Rücken und nenn mich Sören. Das ist doch Pinocchio. Eindeutig Pinocchio. Ja, aber Hauptsache Pinocchio geht's gut, ja? Nein, ähm, Jeff. Ich heiße Jeff. Verdammt! Haha, ich wusste es. Das Sams, jawohl! Huhu! Rudi, wir haben uns lange nicht gesehen. Ey, letzten Sommer bei Sommerhaus der Kinderstars. Das war geil, ja? Ich küsse dein Auge. Hör mal, hör mal, hör mal. Was für ein Näschen. Schau doch mal das Näschen. Sag mal, hast du heute schon was vor, Knickknack? Ja, ich hab viel vor, ich muss noch mit meinen Freunden... Nein, verdammt! Also, ich hab jetzt mal eine Frage an unseren unbekannten Gast. Du meinst Pinocchio? Nein. Oh. Warum zeigst du dich denn nicht? Weil immer alle Witze über mich machen. Ich bin deswegen schon seit Jahren in Therapie. Ganz klarer Fall von Mobbing, muss ich sagen. Also, da sind wir natürlich alle ganz geschlossen dagegen. Das geht gar nicht. Nur, weil jemand so einen monströsen Rüssel hat, kann man doch keine blöden Sprüche machen, oder? Genau. 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 Naja, jedenfalls fühle ich mich nicht sonderlich wohl in der Öffentlichkeit. Pinocchio, ich kann dir helfen, denn ich bin dein Mann und deine Frau, denn ich bin dein Samst. Juhu! Wenn du wüsstest, wen ich schon alles durchgesamst habe, ich habe Maschmeyer gesamst, ich habe beide Obamas gesamst und diesen Luke Mockridge samse ich einmal die Woche. Das braucht er doch gar nicht. Der ist doch auch schon so sehr talentiert und besticht durch seine einzigartige A-Fuck. Danke, liebe Samst. Du kannst dich wieder an den Sätzen machen, wir machen erst mal mit Benjamin weiter. Benjamin, was hast du die letzten Jahre so getrieben? Ja, weiß doch jeder. Ich will jetzt nicht abnehmen oder so, aber Karriere läuft, Kino super, mit den Torten läuft auch. Also, nicht wie ihr denkt, ich meine Frauen. Und ich bin als einziger immer noch dick im Geschäft. Ich meine, ihr guckt die mal an. Ja, dick auf jeden Fall. Ich bin nicht dick, du Otto. Oh nein, Otto ist cool, der ist mein Kumpel. Erzähl das mal deinem erstickten Freund hinten, den du gerade platt gemacht hast mit deinem dicken Fetten. Hör mal zu, ich bin nicht dick, ich bin stattlich, du Ginger Bitch. Äh, auch da geh ich mal kurz dazwischen. Liebe Samst, was gibt's denn über dich zu berichten und erzählen? Weißt du, mein drittes Buch wird gerade wieder zum Bestseller. Und weißt du, Arabella, ich mag vielleicht jetzt Deutschlands erfolgreichster Live-Coach, Motivationstrainer und Kristalldouble sein. Aber das war nicht immer so. Auch ich wurde jahrelang gemobbt, genau wie Pinocchio. Nein, ich bin nicht Pi. Ach, ist ja auch egal. Ich war schon offen divers, als divers noch pervers war. Und hier, Pippi und Benjamin waren auch jahrelang Mobbing-Opfer. Jedenfalls ist jetzt mein drittes Buch erschienen, das Sams-Prinzip. Und hierin verrate ich alle neuen... Hör mal, du drei Käse hoch, damit mal eins klar ist. Ich bin kein Opfer. Ich bin eine erfolgreiche Geschäftsfrau und Influencerin. Nicht wahr? Und außerdem bin ich eine... Eine Frau. Liebe Pippi, ich darf doch Pippi sagen, oder? Wie? Waren wir schon mal zusammen im Bett? Ja, ich weiß, Wunsch ist Wunsch. Aber das ist jetzt egal. Wie hast du dich gefühlt, als sie dich damals gehänselt haben wegen deiner Sommersprossen und den roten Haaren? Na, wie fandest du das, als sie dich Karottenkopf genannt haben? Hexe, Seelenlose, Fußkorb! Rostiges Dach, Feuchter, du weißt schon. Hört auf, hört auf, bitte hört auf. Ja, es ist weiße, es ist ne Truß. Hört auf. Siehst du, und das kann ich perfekt nachempfinden. Ah, deswegen lasst uns jetzt über den Elefanten im Raum sprechen. Meinst du Pinocchio? Ja, äh, nein. Benjamin, bitte. Wie haben Sie dich damals genannt? Jumbo, dick heute. Sie nannten mich Freak und Monster, ja? Weil ich schon nimmer sprechen konnte und aus Frust hab ich mir die Rüstelscheidewand weggeguckt. Ich hab bei Annie und Bert in der BG auf der Couch geschlafen. Ey, Bert, dieses Schwein. Ich wusste es. Naja, seht ihr, Benjamin suchte sein Heil in der Drogensucht. Pippi hat gesoffen. Aber Pinocchio, bei dir seh ich die größte Baustelle. Ja, was für eine Pussy. Sagt die Oberpussy, die heult, wenn man Witze über ihre Sprenkelfresse macht, oder was? Ey, jetzt, Kinder, beruhigt euch mal, kommt. Sagt das nicht mir, sagt das der Rostlaube hier. Mir, bitte. Ach, der, du Fettsack. Hattest du mich Fettsack genannt? Immer unter der Planung. Ruhe, Ruhe. So geht das nun wirklich nicht. Ihr seid auch nicht besser als die, die euch immer herumgeschubst haben früher. Ihr dürft nicht vergessen, ihr seid Vorbilder. Unser aller Vorbilder. Ganz genau, Schätzchen. Pumuckl ist nicht gestorben, damit ihr hier euren Kleinkrieg anfangt. Ich meine, ich könnte ihn nachher mit einem Wunsch wiederbeleben. Naja, ich bin ja auch das fucking Sons. Wuhu! Naja, wir sind ja heute auch da, weil wir Benjamin überraschen wollen. Wir wollen dir eine Freude bereiten. Benjamin Blümchen, steh mal auf. Da vorne, ja, stell dich da mal hin. Wir wissen ja, dass du dich vor einiger Zeit von deiner Frau getrennt hast. Ja. Aber sie ist heute Abend da. Und sie hat dir was zu sagen. Benjamin Blümchen, was ist das? Also was machst du? Was ist das? Benjamin, wir müssen reden. Es wird Zeit, dass du ihn kennenlernst. Deinen Sohn. Das nicht von mir, das sieht man doch direkt, ja? Aber Benjamin, er hat deinen Rüsseln und er liebt Kartoffeln genauso wie du. Das könnte doch von jedem anderen Elefanten sein. Halleriger Sponk. Wie zum Henker hat sie die Geburt überlebt? Wie zum Teufel hat die die Zeugung überlebt? Ey, das lasse ich mir nicht unterjubeln. Der Vater könnte auch Dumbo sein. Oder dieser andere blaue Elefant. Ey Sams, kann ich mir noch was wünschen? Das nicht. Ey, sie kennen ja. Fragen über Fragen. Aber das alles wird sich nächste Woche aufklären. Denn dann gibt es eine weitere Folge mit dem Titel Hilfe, mein Promi-Ex zweifelt die Frau. Wann hat das nicht meins? Benjamin. Ich schwöre nein. Ich schwöre nein. Dann allerdings mit Luke Mockridge. Ciao, tschüss. Wiedersehen. Das hat großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an unsere Talkshow-Gäste. Blümchen, Faisal, Kavuzi, Tané, Hans-Werner-Eum und Arabella Kiesbauer. Das ist ja der Wahnsinn. Und natürlich, wie es dich für eine Show gehört, haben wir Blumensträuße in alter Wetten, das Manier. Und tja, jetzt habe ich nur noch einen. Und tja, Arabella. Ich bin keine Ahnung, ich kenne Ahnung. Wir teilen, wir teilen. Komm, 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 komm. Natürlich teilen. Vielen Dank, dass ihr den ganzen Spaß mitgemacht habt. Angefangen bei Blümchen. Wer hätte gedacht, dass Blümchen die Frau von Benjamin Blümchen ist. Da kommt der Name her. Und Tané, einer der begnadetsten Comedians. Danke. Und Faisal natürlich als Benjamin Blümchen. Wie kommst du klar, ohne auftreten zu können? Ich habe einen Rüssel. Alles ist gut. Ich habe Langeweile, aber ich zock viel. Sehr gut. Also besucht Faisal auf seinem Twitch-Kanal wahrscheinlich. Jetzt fand ich, was ist true. Der Knossi gibt es bald Faisal-Kwusi. Geil, dass du den Spaß mitgemacht hast. Und eine Legende bei uns im Studio. Hans-Werner Olmaltz. Tippi Langstrumpf. Unfassbar. Geil. Vielen Dank, dass du uns beehrt hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal wieder unter jungen Menschen zu sein. Tolles Publikum hier. Die jungen Menschen hatten auch Spaß mit dir. Hans-Werner Olm und Arabella. Dass du also wirklich für unsere Show nochmal die Talkshow-Queen hast zaubern lassen. Wahnsinn. Eine Talkshow-Rente zurückgekehrt. Gerne. Ich wünsche euch allen nur das Beste. Und das sind alles Menschen, die alles dafür türen, dass ihr da draußen eine gute Zeit habt. Das sind Entertainer, die auf der Bühne stehen und auf Publikum angewiesen sind. Deswegen einen Riesenapplaus. Dann. Dann. Vielen Dank.